Und damit willkommen zurück zu Fallout 76. Wir spielen heute wieder im Koop. Gucken wir aber schon das Team. Du bist ja noch gar nicht im Team. Rot halten, ne? Jetzt aber. Jetzt ja, ja. Umschalten, so. Ja. Ähm, herstellen. Pressen mit die Parasiten. Übrigens jeder im Körper. Da habe ich jetzt Balsam-Terpentinöl gegen Parasitenpilze und Bakterien. Da gebe ich aber keine Empfehlung raus, weil das kann auch lebensgefährlich sein. Wenn man nicht weiß, was man damit anstellen soll. Habe ich mir für 15 Euro bei Amazon gekauft. Das ist aber kein normales Terpentin. Wir sind Onkels wussten das früher auch schon. Die haben ja gesagt, wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Terpentin. Ja. Ja, einen kleinen Teelöffel kannst du nehmen oder einen Esslöffel. Habe ich fünf Tage gemacht. Ja, jetzt muss ich mehr essen und mehr trinken. Ja, weil ich dieses Vergiftete getrunken habe. Ja, gegessen. Habe hier giftiges Wasser. Das muss... Ach, ich habe ein Heilmittel. Dreimal. Halt eine Krankheit. Mache ich das eben? So. Heilsalbe. Du hast die von Parasiten erholt. Ja, wunderbar. Muss sein. Heilsalbe, ja. So. Ne, ja, Heilsalbe ist... Das zeigt ja nicht an, was man damit machen kann, aber das Heilmittel ist gegen alle Krankheiten. So, du bist da. Ne, bist du bei deinem Camp? Ich bin im Camp, ja. Ja, dann möchte ich da auch mal hinreißen, weil da muss ich erstmal was ablegen in die Box. Wisst du. Ich habe mal das Camp ein bisschen erweitert. Ja. Gehe zur Post in Clarksburg. Da ist ja dann die Straße einfach weiter hoch. Achso, das ist ja schon... He. Ein kleines Heuschen. Ja. Laborstation. Ja, aber die Werkbank fehlt mir halt bloß noch. Die normale. Waffen. Wie viel Schuss habe ich da? 444 Schrot, ja. Was kommt weg? Lagern. Da muss die Stufe 15 sein. Ein praktisch flinkes Lasergewehr. Erst auf Level 15, meine lieben Freunde. Na, drei Level aufsteigen. Oh, nicht auf Cocktails. Die werfe ich sowieso momentan nicht. Oh, die sind schwer, die Baseballgranaten. Beide weg. So, Kleider. Kleider. Ich bin schon gewundert. Muss ich hier auch mal reinlegen, ne? Die Karte. Ihr habt sogar einen Grill hier. Könnt ihr mal was grillen? Ja. Die ist schon von rechten Armen, oder was? Das ist mit Taschen. Sported. Mal kurz reingucken. Kleidung. 2 und 7. Ach, die ist geil. Die ist lebensrettend. Wenn du ausgeschaltet bist, erhältst du einmal pro Minute eine Chance von 50% dich mit einem Stimpact selbst wiederzubeleben. Hm, das ist gut, ja. Ja. Die ist für den rechten Arm. Was habe ich denn momentan für den rechten Arm? Ich habe gar nichts für den rechten Arm, oder was? Ah. Leg das doch mal an. Das habe ich noch gar nicht angelegt gehabt. So. Kommt der Void-Anzug aber mal aus. Mal denn. Und die Täter-Anzug. Hat hier einer einen Bonus? Responder-Polizei-Uniform. Arnecker-Anzug. Aber das muss ich unbedingt... Oh, ein Silberstreif am Horizont. Ja, das muss ich jetzt reparieren, sonst ist das zerstört. Ja, das habe ich auch schon repariert. Das habe ich auch angezogen. Das muss ich jetzt auch. Hast du auch bekommen, einen Silberstreif am Horizont, ne? Ja. Kann ich das hier, also was zum reparieren, hier, ne? Ja, hier. Rüstungswerkbank, ja. Wunderbar. Vielleicht kann ich das jetzt auch reparieren. Weil letztes Mal hatte ich das nämlich nicht, was ich brauchte. Bitte mehr Leder. Moment. So. Reparieren. Ah, jetzt habe ich einen Leder mehr. Ah, Kleber fehlt mir. Hast du Kleber? Loka? Ich gucke gerade. Du brauchst zweimal Kleber. Ich glaube, ich habe das hier nicht in der Kiste, Kleber. Überschüssiger Kleber hätte ich. Ja? Zweimal? Kleber? Wo habe ich denn? Vielleicht habe ich das auch gelagert, den Kleber, aber sowas lagere ich eigentlich nicht. B-Brigatär. Ja, man kann natürlich auch was verwerten. Und dann kriegt man, also irgendwas kriegt man Kleber auch raus. Muss ich jetzt unbedingt machen, sonst ist das Teil nämlich kaputt und zerstört. So. Gott, ne? Als Schrott muss das drin sein. Du brauchst bloß Handeln an dem. Hm? Moment. Wie machen wir das jetzt? So, ich gehe bei dir rein mit dem rechten Trottel und nehme mir Kleber, ne? K. Dann nach Alphabet geordnet. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. Hier. Du hast aber auch, glaube ich, kein Kleber. Überschüssiger Kleber. Gleich Schrott. Überschüssiger Kleber. Hier ist das. Ja, der ist das. Zehn Kronkorken. Willst du da für zehn Kronkorken haben? Hm, ja, was willst du sonst machen? Ich habe mir den selber auch nur gekauft, den Kleber. Ja? Ja, ja. So, dann gebe ich dir die zehn Kronkorken. Die 20 sind das, nur macht ja nichts. Ich habe 442. So. Nö, ich habe jetzt wieder 70. Wie viel hast du? 70. Aha. Ja, weil ich nirgendwo Kleber gefunden hatte, dann habe ich mir so ein Packen gekauft. Ja. Für, keine Ahnung, wie viel. Das ist wieder komplett heil. Ich habe den noch irgendwas kaputt. Nö, das andere. Ach, der hier. Taschenlinke, Arm. Ach, da brauchst du dreimal Kleber. Ja, Kleber brauchen wir wirklich oft, ne? Kleber brauchen wir oft, ja. So, das ist mit Taschen und Gurte, dann lege ich das einfach ab. Lege ich das erstmal hier ab, dann kann es nämlich nicht kaputt gehen. Kleidung. Mit Taschen, das wird eingelagert. Wenn ich es reparieren kann, kann ich es reparieren. So. Ah, ah. Das wird aber auch verboten geildert. Rockstar. Grüne Dose. Wie heißt die? Superstars. Superstars. Gekochtes Weichschalenfleisch. Okay, Kakerlaken haben wir genug. Rat-Ratten-Steak. Oh, eine Ratte kann man auch essen. Also. Gut. Werde ich mich auch mal hinlegen zum Schlafen. Wollen wir denn auch gleich los? Hm. Gut. Wie ist das eigentlich, ist es irgendwie beim ersten Let's Play gestern, wenn du eine Mission abschließt, kriege ich dafür keine EP, oder? Gute Frage, ich habe zum Teil EP gekriegt, aber nur, wenn ich die Mission halt auch selber noch habe. Ja. Auf jeden Fall muss man da hoch zu der Post da. Ja, ich bin gleich soweit. Ja, das reicht jetzt schon. Können wir ja zur Smith Farm reisen und von da aus nach Norden. Ja, dann reißen wir da hin und dann komme ich dir hinterher. Ja. So, Süden, da ist's... Welche Stufe... Welche Stufe bist du aktuell? Äh, Acht, glaub ne? Zween. Dehn bist du jetzt, ja. Ich bin zwölf. Ja, es ist zwölf. Hö. hast schon einen Wegpunkt gesetzt, ja, ne? ja, wir müssen nach oben ja, dann machen wir los hast du ein paar Mädchen? ja da hinten muss es gleich sein, wo der Wasserturm ist ich gehe zur Post in Clarksbury repariere das TIT Secure mit einer Bastelwerkbank ein unbelöster Fall, den habe ich ja gestern auch abgeschlossen oh, wie ist das? EEEEY! Die, die drin, ne? Deine Fusionszellen, mach Bleistrot, eigentlich hat er Fusionszellen Original verschweißter Wunderkleber, ja geil! Genau das erbraucht sie doch! Hupala! Ach, der schießt hier das Fenster durch, oder? Wie viel kommt denn da noch hier, oder ist im Keller raus? Oh, das sind zu viele, Alter, da muss ich anfangen, ey! Ja, okay, die machen nicht viel Damage, aber... Was ist das denn hier alles? Gelbe Farbe! Da ist noch was! Superkleber! Hast du auch alles gefunden hier, den Kleber? Ich hab normalen Kleber gefunden gehabt Ja, ich hab zweimal Kleber gefunden Boah! Hier durch, Alter! Und diese Stärke! Weißt du noch nicht, wo du hin musst? Ja, hier sind noch Gegner Ja, die müssen aber nicht unbedingt... ...gekillt werden Ja, da musst du ruhig Oh, hier sind einfach zu viele, Alter! Ja! Ah, Hartklammer, Foxy! Ah, okay, jetzt war ich Hartklammern immerhin Ja, die treffen mich hier drinnen überall, das... Naja, ich weiß Die müssen da weg Ja, du musst... Achso, weil du hier an der Zettel ran musst Geh doch da ran! Kümmer mich um die hier draußen Viele sind das ja nicht Ja, zwei hab ich schon über drei gerollt Komm! Oh! Ich glaub da ist nur noch einer jetzt Muss an das Terminal ran, ne? Jo! Muss ich da auch ran? Oder musst nur du das machen? Könntest theoretisch auch ran, bestimmt Aber nicht Können nicht ausgelesen werden, ne? Alles durchdrücken Bis es dann fertig ist Bis es dann fertig ist So, das war schon mal das Jetzt durchsuche Modis Paltshaus Das war's schon Jo! Gibt's ne neue Mission, wo du hin musst Musst du denn auf der Karte markieren Und dann... Wenn ich weiß, wo das ist Ich war ja schon mal da Dann können wir da gleich hinreisen Dann geht das schneller Machst du ne Markierung auf der Karte? Oder hast du schon gemacht? Ne, das müsste ja jetzt gekommen sein schon Ist ja halt leider vorne Sprich mit dem Aufseher der Schießanlage Ne, das ist wieder was Neues, oder? Ne, das... Markiere das mal auf der Karte, wo das ist Ach, hier ist das Ach, hier ist das Warte mal, dann reisen wir jetzt nach Station Draften Fünf Kronenkronen muss ich dafür bezahlen Auch im Multiplayer muss man dafür Geld bezahlen Dann reiß du mal, weil du hast das Spiel auch gemacht Ach, das ist kaputt, deswegen kann ich die nicht aus... Er ist doch klar hier vorne, im Osten 77 Meter So, ja, das weiß ich ja nicht Das siehst doch nur du Woher soll ich das wissen? Ne, das siehst du auch Normal siehst du das auch Ich seh da eins ja auch Das ist dieser Stern Ja, ein kleiner Stern, aber das ist äh... Im Süden Kräften Mann, Mann, Kräften ist das Was machst du denn da jetzt da? Ja, Radex und alles mitnehmen Ja, aber das ist nicht in 77 Meter hier Das ist viel weiter weg Das ist ein Kräften Ein Kräften? Ne, hier vorne Das ist deine Quest, du musst da hinterher Das hab ich jetzt nicht zu wissen hier Das ist deine Sache Ist das jetzt hier, oder was? Wären sie so nett und besorgen Ja, da hinten kommt ein anderer Gegner Anderer Typ hier Ich weiß, es ist sinnlos, aber die Programmierung verlangt es Während des Schießens ist der Verzehr von maximal drei Dosen Drei Dosen Bier nur? Reicht ja noch nicht mal um besoffen zu werden Machen wir mal ne Zügerade Warum Blechdosen von Steinen schießen, wenn sie ein echtes Ziel ins Visier nehmen können? Na? Wer wird denn hier gleich schießen? Früher haben wir Fachluck-Munition verliehen Die müssen Gäste jetzt aber selbst mitbringen Das ist wohl genug Munition, wa? Was schießt denn denn? Ach so! Leuchtendes Steak Das hat er uns wo dahin geschmissen Hast du das ja auch schon genommen? Was? Leuchtendes Steak Ja, der hat dir ne Tüte auf den Boden geschmissen Aber war was drin? Hier hat er für dich auch hingeschmissen Cool Ja, der hat dich auch hingeschmissen Ja Machen wir alle drei ein Herz, Alter Ja, das ist das Schöne an Fallout Boah, was bist du? Das seh ich doch gar nicht Mich? Nö, der Typ ist grad jetzt den Berg hochgelaufen Ja, weiß ich Ja, aber dich seh ich ja nicht Nee, dich aber Aha Gut, dann kommen wir mal rein So dann Du musst, wir müssen jetzt To Odipi's Haus Ich besorge neue Papierziele Odipi Haus Ja, das Beide ist gleich weit weg Ja, der Mann los jetzt hier Dann gehen wir erstmal runter zum Camp Leermachen Und alles andere, wenn ich hier ewig warte, da dauert mich Wasser und Nahrung und alles Wieso stehst du hier nackt rum? Ähm, wieso stehst du hier nackt rum? Ja gut Schrott weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin Grufton. Ich bin Grufton. So, wo geht es denn jetzt hier rein? Die Postkarte. Ich weiß trotzdem nicht, wo du rumspringst. Nein, ich sehe dich nicht. Fehler, okay. Ich sehe dich nicht, wo du rumspringst. Ich sehe dich nicht, wo du rumspringst. Okay. Ich sehe dich nicht, wo du rumspringst. Ich sehe dich nicht, wo du rumspringst. Oder ich ein und dann du ein. So, ab zum Damm. Das sind wieder die Super Mutanten. Jupp. Das Problem ist nur, Was? Braucht man vielleicht Munition. Ja, ich habe wenig Munition für das Jagdgewerbe. Ich habe die Totale Klassrofe. Aber das... Ich habe die Totale Klassrofe. Ich habe keine Munition mehr. Ich bin dann vielleicht... Für die Pumpkan habe ich noch 117 Schuss, aber die hat keine Reichweite. Die hat nur 36 Reichweite. Ich habe genug Munition. 38er habe ich 409. Plus die hat nur 14 Damage. Jagdgewerbe habe ich leider nur 11, die hat Power. Die Sunset braucht 44er. Munition, okay. Da habe ich noch 63 von. Mit was stellt... Wo stellt man Munition? In der amerikanischen Bank? Ich habe die alle gesammelt. Ich habe die nicht hergestellt. Oh, da ist schon einer. Oh, wow, 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 wow. Das kann man auch Schießball vorstellen. Oh, das stimmt. Lauf vor Westen. Lauf vor Westen.